hallo leute herzlich willkommen zurück zu train fever so es ist jetzt länger her als ich das letzte mal gespielt habe ich weiß nicht was wir machen wollten keine ahnung ich glaube wir wollten hundeluft mit jesberg verbinden so dann gucken wir mal landnutzung dann bauen wir gleich erst mal eine buslinie so einen ach quatsch wir brauchen noch keine linie wir sollten vielleicht erst mal busseitestellen bauen auch nicht man ich hab schon wieder verlernt wie man das spielt so hier könnten wir doch den wir bauen den einfach hier ran so sieht sie auch schlecht aus ich weiß nicht ich weiß nicht oder hier aus hier würde es passen so dahin dann eine haltestelle und nicht das da so einfach mal quer durch dann irgendwie das hier hinten mitnehmen so dann die geschäftsgebäude hier auch hier noch lang und hier damit fahren wir dann ja es ist doof dass hier so viel freizeit ist dann fahren wir das erstmal mit dem bahnhof so wie von hier hier rüber dann den marktplatz so 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 die Linie laufen alle perfekt so 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 1,2,3,4 erstmal so 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 ich weiß nicht welche Linie das hier ist hier ist die Linie 13 Was ist eigentlich mit der Linie 12? Die habe ich hier gerade gesehen. Linie 12 scheint hier irgendwo zu sein. Ich sehe sie aber nicht. Hallo? Egal, da fährt nichts, können wir sie löschen. Okay, wie viel warten wir? 50, wow. Transportierst, wow. Okay, 26, 36. Du kommst gerade an und hast 21 mit. Okay. 30. Akzeptabel auf jeden Fall. Wow, sehe hier die Buslinien. Werden auch ordentlich genutzt. Hier warten 32 Menschen auf dem Bus. Der ist voll. Der ist voll. Du bist fast voll. Wow. Das läuft alles perfekt. Ah, jetzt bin ich schon wieder davon abgekommen. So. Einmal hier rüber. 120. Der Äußere. Oh, beim Schienenlegen, da leckt es ein bisschen. Das sieht nicht so schön aus. Wo machen wir das? Anders. Das sieht nicht so schön aus. Komm her. Bist du da jetzt auch dran? Ja. Okay. Na, eine zweite noch, bevor der hier rüber geht. So viel Geld haben wir gar nicht. So, dann müssen wir uns mal ein bisschen was leihen. Drei Millionen kostet das, wow, fast vier. So, dann erst mal hier lang. Dann haben wir sogar Geld gespart, statt das gleich so machen, wie er es will. Einmal so. Und einmal so. Dann kommt hier ein Signal hin. So, hier bevor er reinfährt. Und ihr hier. Komm her. Nee. Doch, ihr fahrt dann so. Doch, ihr braucht auch hier eins. Die Frage ist, wo ihr dann hier reinkommt. Ich würde sagen, ihr nehmt dann die Strecke. So, dann eine neue Linie. Und der Luft nach. Jeesberg. Wie fahrt ihr? Perfekt. Aber... Ihr sollt... ...hier rein. Umdrehen. Wieder raus. Kann er. Dann müssen wir das. So machen Ne, will er nicht Na dann machen wir es wieder weg Dann lassen wir es so wie es ist Das ist die Linie 12 Oh, scheiße Da war Das war jetzt ein Fail Meinerseits So Kaufen dann gleich eine Oder eine Brühe Die fährt 40 Die fährt 45 Ist schon viel besser 150 120 20 30 30 Du bist besser Und du kriegst Bayerischer Bayerischer Gehst auf die Linie 12 So Und die Linie 12 Heißt Hunderluft 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 14 Minuten Takt Naja Das ist So Die Linie Das ist Die Linie Die Linie In den Die Linie Und der fährt leer weil die die Bahn noch gar nicht kennen hier wartet auch noch keiner müssen erst mit Züge kommen damit die das kennenlernen aber es ist zu viel die Industrie hat alles eigentlich zugenommen was werdet ihr beliefert hier ist eine ordentliche Strecke aber die machen wir später mal noch jetzt will ich mal warten bis der Zug hier raus fährt damit wir nämlich den Bahnhof größer und größeren bauen können dann fahr mal weiter nee können wir dieses ganze so Bahnhof wir nehmen gleich vier Gleise und vielleicht eine Straße wäre nicht schlecht nein das ist zu weit wo kommt er denn her so dann da anschließen nein eine kleine Straße nicht da so 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 dann geht das gerade hier nicht anders so dann fahr mal weiter wenn ich dich abbreißen kann so du kommst nee du kommst hier oben an du weg so da ran was sagst du denn jetzt von Kollisionen was sagt er denn jetzt von Kollisionen so alles klar hier ihr sollt eigentlich erst hier wo rüber wo rüber wieso sind es es kommt her lass mich baumeln was ist denn das nee das ist viel zu weit hinten da stehen die sich dann zu selbem Weg wenn ihr versteht so wieso wieso geht das nicht hallo was ist denn hier für eine Kollision ich glaub ich weiß noch das ist ja komm her Ah, mein Gott, ist das wirklich so schwierig? Sollte doch jetzt klappen. Jo. Dann hier ein Signal. Aber dann müssen die auch einmal hier rüberkommen. So. So. Und wie fahren die jetzt? Du hast eine Linie, alles klar. Gut. Dann war es das erstmal für diese Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.